ja oder so so und dann machen wir weiter können wir hier rein ja schon ich probier's jetzt einfach mal kasper und belschirm also die sechse hätten es echt flüssiger machen können dass ich jemals erstmal aufkloppt ja geht auch eine abkürzung du müsstest da wieder runterkommen da an der seite hier links ja ich dachte jetzt da gibt es echt sowas krasses über den mäßig geiles fix dafür durchschrauben das für den speed man ziemlich geil wir müssen uns die bombe holen ich hab die bombe ich würde mal sagen wir marschieren in dieser zone sind technologie baby ich hab mein zweiter heute wechseln wir aber oft hin und es ist echt wechsel party ja es ist heute wechsel ich bist bewölkt aber der gute schlechte wortwitze ist das nicht der spiel weiter wir sind wie gehört zu dir red mit uns lasche das ist nicht auch schon wieder freige jetzt ja rein am tschungs lager befindet sich ganz in der nähe wurde du eine hübsche megabombe findest werden wir die mauer los ok stufen aufstieg und natürlich nicht beim panzer die mega bombe einfach rüber und springen die verteidigung der trolle in die luft so erstmal der seelenstein für notch für kamo und er heißt kreisender sonnenschild klingt irgendwie doof aber hey der trailer läuft kreisender sonnenschild macht schaden mit melonen ein wasser der hat mein hünder pro jahr vergessen ja auf jeden fall die weg warum ich hab die mehr weniger zu ja weil du später gewechselt hast ja natürlich ist das problem nein warum muss ich leiden weil du scheiße bist die lauf auf megabomben zu und das erste was uns einfällt ist erstmal darauf ballern ja ok ja du musst schon weiter rollen lieber mabu geist donnerwetter die sind alle jetzt noch eine mega bombe findest und zum captain bringst können wir direkt zu den fabriken vordringen alles klar nord warum schießt du dir immerhin gegen die wand das ist nicht nett ja 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 ich habe es verlaufen ich habe es verlaufen ich glaube schöne frau lauf ich werde über die andere richtung werfen nur so aus sich als kunden naja ich weiß auch nicht wie denn da war irgendwie geknackt egal kalt das werden wir auch über die zweite was ich jetzt bin ich nach rechts 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 das andere rechts aber das ist auch darunter ja ich habe das ohne sind sky länder des erdelements stärker nach da ja boom was für eine explosion zeit dass wir den kampf zu ihnen bringen es gibt drei schmierefabriken hisse in jeder die flagge um ihre eroberung zu signalisieren dann können wir die schmiere sichern viel Glück zu sein da wo meine fahne ist das gehört mir catch the flag ja die ist übrigens ehrlich gesagt ja hier 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 in dieser zone sind drei länder des feuermoments stärker ich will erst hier gucken ok das ist ein schieberätsel ich habe keinen bock ja wow ok moment mal fängt man den aus der bütte an ja oder auch nicht danke ja ach achso dann der nach oben da der nach oben da der nach rechts warte mal warte mal was wenn wir damit jetzt einfach zurückgehen ich probiere das mal ich probiere das mal ich probiere das mal ach natürlich warte kurz warte kurz warte kurz du kannst ja rüberfragen vielleicht ja mit deiner attacke nein er nicht womit war den kann man rechts schieben nach links schieben gehen hier das reicht ja schon ach so ist richtig schon gewesen ja und auch ich mich mein gut der harz 3 hell mit spitze der würde hier vorgestiegen so eine pickelaube stimmen machen musste ich glaube da und links das klingt sogar nicht schlecht würden wir ein bisschen den teleporter natürlich für die zwei meter das ist nur damit man hier ist erde stärker sage ich doch eher den es wäre vielleicht besser dann wirklich warten würde ich habe das nicht so oft da werden stärker läuft flüssig ist läuft man kann sich nicht beschweren das wird so lange gebraucht ich gehe noch mal eine bombe holen ich weiß nicht ob wir die da hinten noch mal brauchen ja gut dann nimm mal die Luft tada tada nein 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 misst heute hier um zu explodieren wieder mit wechseln das ist definitiv nicht meine flagge ist das von oben gehen ja jetzt bin ich fast hier runtergekommen nein wir müssen auch da rein die unfett hier sind die einfach von hier oben schießen ja klar ich habe okay so dass ein panzer immer so ist egal wir waschen 33333 ach so also geht kaputt das wog ich kann immer diese glitsche ist glitsch 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 ist das war ich nicht so schlecht nein das war meine beste idee ja ich hab mich gezogen danke du wolltest tauchen das war keine schön du kannst nicht mal richtig einen wegen lang latschen du hättest auch nicht gewusst dass es hier nicht weiter geht doch es gibt nicht mal eine warte 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 ich dachte eigentlich wir kriegen das ziel wir müssen wir haben die fabriken gesichert aber die trolle sinnen sicher auf rache beeilen wir uns und bringen wir die schmiere zum general er wartet darauf mich ja du guckst ein bisschen wie du mich wir haben gerade noch die erfahrung der gesamte gesehen ja sie hat uns auch geflogen war wie aber warum das war nicht schlecht ja nur der time run fehlt uns perfekt rein raus fertig ja mach mal rein raus fertig ja kriegt er noch spaß ja aber jetzt könnte wahrscheinlich erst mal eine short cut kommen die grüne schmiere von primordia gewonnen aus fossilien prähistorischer explodosaurier pulsiert sie mit unvorstellbarer nun musst du die ewige technologie quelle finden also ich bin ja davon ausgegangen dass die schmiere irgendwie die sachen schmiert die mechanisch sind nein es durchzieht die lebensteile da kommt blechstrobo er kann sich jetzt zwei bewegen leuchtende grüne schmierer aufgenommen jetzt die ewige technologie quelle der geheimdienst weiß nicht zufällig wo sie ist hier meine hosentasche natürlich wissen wir das den infos zufolge verstecken die trolle die technologie quelle in ihrer basis leider haben sie mit ihrer hilfe bereits eine menge neuer waffen entwickelt deshalb komme ich zur unterstützung mit bist du bereit soldat nein nein denn wir müssen aber nicht lange schließen sie ist er einfach abgebrochen ich zuerst ich habe mir gold dazu ja nee ist klar alter 1100 sie ist da rechts aber auch sexy neue pausen ja schön in pause gesetzt der schwanz würde die erste rolle rollen bewirkt mehr schaden und der rollen wirkt mehr schaden ist egal mehr schaden macht mehr schaden beides alles immer mehr schaden wackel mit deinen schwänzchen ich komme gar nicht gucken warum vercheck ich das immer so total auswahl time run time und run übrigens heute vor der station hatten wir endlich die 50 prozent ready ja 51 sogar 51 prozent los in dieser zone sind der skylander des erdelements stärker habe ich getroffen hä der wirft die scheiße nicht darüber hat man ein paar fücher getötet stufen aufstieg rechts lang warum da müssen wir nicht lang stufen aufstieg verdammte hacke nicht dass ich gerade noch ein fücher wird gut gemacht hat ja wir haben noch vier sekunden auf der wuhr abonniere abonniere